Der jüngere Bruder von Prinz William wird seine derzeitige Beziehung zu Camilla als Verrat betrachten, behauptet ein königlicher Experte. Während sich König Charles einer Behandlung und Genesung von seiner Krebsdiagnose unterzieht, waren sowohl Königin Camilla als auch Prinz William gezwungen, den Monarchen bei einer Reihe königlicher Termine zu vertreten, manchmal auch gemeinsam. Ein königlicher Experte glaubt jedoch, dass diese aufkeimende Beziehung mit dem in Kalifornien lebenden Prinz Harry nicht gut ankommen wird. Im Gespräch mit dem Mira sagte der königliche Experte und Autor Tom Quinn, er misstraut wirklich, dass William sich mittlerweile tatsächlich recht gut mit Camilla versteht, Harry wird das als Verrat ansehen. Er war schockiert, als William erkannte, dass Camilla weit davon entfernt war, das Monster zu sein, für das sie als Kinder gehalten wurden, sondern in Wirklichkeit eine ziemlich nette Frau ist. In seinen bombastischen Mimwarenspare, die im Januar 2023 veröffentlicht wurden, geht Prinz Harry hart gegen seine Stiefmutter Camilla vor. Harry behauptet in dem Buch, dass beide zusammen mit Prinz William Einwände gegen die zweite Ehe ihres Vaters hatten und zunächst befürchteten, dass sie eine böse Stiefmutter sein würde. In Bezug auf die Beziehungen zwischen Mitgliedern der königlichen Familie in der heutigen Zeit fügte der königliche Experte Quinn hinzu, für Harry war Camilla damals die böse Stiefmutter, und sie ist es immer noch. Er sagte, das ist alles sehr traurig, zeigt aber, dass die große geografische Kluft zwischen den Brüdern, Harry in Amerika, William in London, zu einem physischen Ausdruck ihrer emotionalen Trennung geworden ist. Prinz William, 41, verbrachte einen schönen Moment mit Königin Camilla beim jährlichen Commonwealth-Degottesdienst im März in der Westminster Abbey. Kurz nach seiner Ankunft wurde William dabei gefilmt, wie er einen Moment mit seiner Stiefmutter verbrachte und wie er Camilla zur Begrüßung auf beide Wangen küsste. Das Paar lächelte dann, als sie nebeneinander standen, obwohl der König nicht anwesend war. Anlässlich der Feierlichkeiten der Commonwealth-Staaten auf der ganzen Welt sandte König Charles eine Videobotschaft, in der er sich an das Publikum wandte und versprach, dem Commonwealth weiterhin nach besten Kräften zu dienen. Nach einigen besorgniserregenden Wochen, in denen König Charles mit seiner Krebsdiagnose kämpft, Und die jüngste Nachricht von Prinzessin Kitts Krebsdiagnose bekannt wurde, werden William und Camilla laut königlicher Expertin Jenny Bond sicherlich in viel engerem Kontakt stehen. Der ehemalige Royal-Korrespondent der BBC sagte gegenüber Sie fügte hinzu, abgesehen von der geschäftlichen Seite bin ich mir sicher, dass sie sich auch gegenseitig emotional geholfen haben. Prinz William war beim Gottesdienst am Ostersonntag nicht in der St. Georgs Kapelle anwesend, da er mit seiner Frau, Prinzessin Kate, und ihren drei Kindern zusammen war, die derzeit in den Osterferien sind. Königin Camilla stand fest an der Seite des Königs, als er dem Gottesdienst beiwohnte, und begleitete Charles bei einem Rundgang durch Windsor, während er von Gratulanten begrüßt wurde und der Menge die Hand schüttelte.